Deswegen ist Klaas mit dem Ball am Fuß auf dem Weg, Richtung Frankfurter Strafraum wird zunächst mal abgeblockt. Diese Flanke, es bleibt beim 1 zu 1. Gleiches Ergebnis hat Andy Andres in Augsburg. Und der FC Augsburg an der rechten Seite mit André Hahn, Fußballspiel mit Felix Götze. Ja, es gibt doch einen Götze, der Fußballspiel darf. Mario bei Dortmund momentan draußen, Leipurter. Der neue Zugang am FC Bayern München beim FC Augsburg dabei. Der Blondschoff jetzt im Defizit im Mittelfeld. Freistoß für die Gladbacher. Eine Mix... Das Wetter über Baden-Württemberg liegt ein tiefes Vorhersage. Da brennt's. Zu bringen. Auf die Lärm. Auf Würstebank. Regen. In einem Fall. Die Tiefstwerte 3 bis 7 Grad. Keine Lärm. Das ist froh so. Die besten neuen Hits und die RTL Greatest Hits. Deutschlands Hitradio. LTTL.